So, guck mal, was haben wir denn hier noch großes? Oh, jede Menge Keks, Hafergebäck, das war doch das wie das eine, ne, was ich so lecker fand. Ja, sogar mit Shea-Öl, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja ein Ding. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, lecker, 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 lecker. Jetzt bricht bald mein Tisch hier zusammen, ne, Kinders? So, das machen wir jetzt. Oh, Lebkuchen, Lebkuchen, Lebkuchen. Lebkuchen ist auch eines der Sachen, die hier irgendwie elendig teuer sind. Wir waren jetzt einkaufen nach Weihnachten, aber nach Weihnachten haben die immer noch Preise wie woanders vor Weihnachten. Also, nee, ich kaufe das hier nicht. Oh, guck mal die. Oh, Räuberschwanille, das riecht gut. Hm? Fein, ne? Ja, für dich nicht fein, Steli, für Mama ist das fein. Oh, und Räuberschkaramell. Ja, das riecht gut. Wie Toffifee, ne? Wie Toffis. Toffis heißt das nicht, Toffifee. Lecker. Oh, noch mehr hier. Guck mal hier. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh. Und ich sehe schon was. Düngestäbchen für Faule. Jawolli. Ach, für Orchideen. Ach, bis zu 100 Tage. Ich habe meine neue Orchidee, ich habe die zerlegt. Ich weiß es nicht. Die alten Orchideen, die kommen wieder, aber die, nach kurzer Zeit hat sie gesagt, nö, ich tue es nicht mehr. Trotz Dünger, ich habe so Flüssigdünger. Aber, weiß ich nicht. Es ist vielleicht auch einfach zu dunkel jetzt im Winter. Ja, hier kommt kaum Licht rein. Ja. Oh, wie schön. Nicht, wie nass. Ich habe sie alle getötet. Meine ganzen Blumen hier drin langsam, ne? Ich habe keinen grünen Daumen im Haus, nicht? Nicht.